Hat das jetzt irgendwer verstanden, was er meint? Ich habe gesagt, es geht uns sehr gut und wir freuen uns, hier in Wien zu sein. Und innerhalb von einer Woche hat das 150.000.000 Aufrufe gehabt auf YouTube. Milliarden. Milliarden, 1,2. Fünf mal fünf? Zwölf. La 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 la. Oh, Fick mach mit, 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 Fick mach mit. La 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 la. Ja, wenn die Sonne scheint und kein Erfolg erweint und wenn ich fröhlich bin, dann geht's mir gut. Liebe Frau, wie schaut's denn bei Ihnen aus? Gut. Sie wohnen schon 25 Jahre hier in meinem Haus. Ja? Sie wohnen schon sehr lange hier in meinem Quartier. Schön ist da, ja. Und sie zahlen mir keine Miete dafür. Ich will aber Hausherr, haben Sie nur Geduld. Ich werde becken, schon meine Schuld. Wenn die Zeiten einmal besser werden, ja, dann zahl ich meine Schulden gern. Morgen, die Augen zu, komm ich heute an. Und probier vielleicht, schloss dich. Morgen, die Augen zu, ich bin jetzt bei dir. Komm, es kann gar nichts mehr sein. Lala la la la, Fick mach mit, Fick mach mit. Fick mach mit, Fick mach mit, Fick mach mit. Lalalala. 20 zwitschte zwitschchen von Zwitschchen. Plus 20 zwitschschte zwitschchen. Testen 40 zwitschsten zwitschchen. Lalalala. Bravo! Dankeschön. Ich muss sagen, danke. Dann habe ich die Kronenzeitung aufgeschlagen. Ich schaue eigentlich immer Seite 7, weil die Noggerne, die habe ich rausgeschnitten, ich habe die gesehen mit. Auf Seite 3? Auf Seite 13 war letztens. 3x3? Ist 12. Und wie das letzte Mal um die Kronenzeitung gegangen bin, habe ich aus Trutz nichts reingekaut und habe extra gewartet, und habe es dreimal so gemacht, ins Lari, in der Nacht, und dann habe ich geschaut, und dann habe ich die Zeitung rausgegangen, fünfmal entlang, und ich hätte erwischt, wer mich beschweren würde, bei dem Herr Kontrolleur, dass das nicht mehr so passt, als eigentlich meine ganze Zeitung.